Hallo liebe Leute, hier spricht euer bester YouTuber der Welt und zwar habt ihr euch geraten euren KISS GAMES mit dem lieben Victor mal wieder. Bra 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 bra. Ja genau, bla 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 bla. Ja, wir sind hier auf den Server Nachtaktiv Gaming. Keine Ahnung warum das Nachtaktiv Gaming heißt, weißt du das vielleicht Victor? Okay, ich könnte es wissen, wenn ich mal, wenn ich mal mir auch alles denken würde. Im Gegensatz, ich bin hier mit auf dem Server mit vorhanden und so weiter. Ja hi. Das weiß ich natürlich nicht draußen. Also ich denke mal wir zocken jetzt mal hier, ich bin hier SC Körnel und so weiter. Der Victor, keine Ahnung mehr was es ist. Also wir sind einfach gleich nach dem Intro. So Leute, der sieht jetzt ein Game beim lieben Zeus. Wir gehen jetzt los, oder nicht Zeus? Jawoll! Wir sind hier natürlich auf, äh ja, Maegito. Ihr kennt es nicht. Keine Ahnung was hier los ist, aber wir gehen mal los. Wir gehen ohne Gewissen in die Schlacht. Äh Andre? Wieso? Mach mit an! Willkommen! ... Ich versuche gleich wieder zu fliegen, wieder zu fliegen, okay? Ich versuche wieder zu fliegen, so, ich gehe auch nicht. Er geht zurück zu fliegen. Er braucht noch mehr Männer. Er geht ja nicht mehr alleine, so. Aufpassen, ich werde kein Ruhe, der euch abschiebt. Man kann sie gut behalten, ich bin ein Heavy. Eine hohe Macht, bitte aufhören, die ganze Zeit ist gestorben. Nee, ich bin's besser so. Was für eine hohe Macht, ich war ja nicht mehr gemein. Eine hohe Macht. Die zwei verletzte Trooper. Wo bist du überhaupt? Bin, ich bin hinten. Die Druiden haben sich eingestellt hier. Da bist du, wo keiner mehr ist. Wo bist du? Ich bin hier auf der Brücke. Und hier bin ich durch. Auf welche Brücke denn? Du weißt, welche Brücke ich meinst. Granate! Granate rechts! Achso, du bist auf der Brücke ey! Ja, ich glaube, er kann das hier lange nicht halten. Ja, er rasiert hier. Die sollen von der Brücke runter. Ja. Was denn er uns zu weit zurückzieht? Ich geh mit Fahrstuhl zu gehen. Ich brauch' einen Medic. Ich geh mit Fahrstuhl zu gehen. Ich brauch' einen Medic. Tore zu machen. Welche Tore? Das Tor ist, äh, hier ist noch ein Tor. Wo? Ich hab' einen Geschütz gefunden. André, ich hab' einen Geschütz gefunden. Nein, du redest das nicht. Da unten sitzt auch Leute vorhat uns. Warte mal, ich geb' dir unser Schütz und Feuer. also warum bist du jetzt gestorben ich folg dir jetzt gerade der Käpt'n und einmal lieber weg ab und Lagerbock hat er wieder eine ecke städte andere war es da unten sind welche ist der tod er kommt hoch der aufzug den nächsten aufzug andere ja genau durch gut aus ja ich muss zu meinem commander keine ahnung wo er ist warum fahr ich hoch weil du hoch fährst komm wieder runter jetzt gesichert scheiße in den fahrstuhl ich hab's überlebt man kann mit dem brühen nicht übertreiben nein kann man nicht noch alle hin löscht app sucht nach puls löscht roll kein sorg war der medikit dabei ich brauch nen doktor nein warum hab ich bloß kein medikit dabei ich will sie wirklich retten aber ich hab kein medikit dabei äh 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 joh die Ich glaube, dass jeder drauf geht, ey. Ich glaube, dass jeder drauf geht, wenn er das ist, wenn er das ist, wenn er das ist, wenn er das ist, wenn er das ist. schon ziemlich mies wenn man schon sagen muss, dass man einen zweiten LRT benötigt fest gesichert, die habe ich schon hier gesichert müssen wir auch mal nach oben oder unten unten wollen wir da da sei da sei eine Merkstation wie cool Eis ist auf dem Weg er ist der LRT-Pilot denn zum fliegt was ist das hier? Nagierraum oder wie jetzt? wow hier gibt es so viele Sachen hier oh mein Gott Black kommt ey mein SC Black kommt auf den Server andere ohne dich fliegt mal los seid ihr weggeflogen? ja der LRT fliegt schon gleich los nein los 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 ah hier runter 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 wer ist überhaupt der Pilot ich bin ich bin gestorben du bist gestorben was soll das hier? jeder ist gestorben aber da finde ich eigentlich die Acklimator da draußen ich bin gestorben damit die Acklimator mich eigentlich um kümmer ja 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 jetzt halle die wir sind wie alte Verkappt ich frag mich immer mich hat Charly euch ist Liv Das sind drei weitere Säuerharten. Wer auf den weißen Jäger schießt, der kommt ins Gefängnis. Ist der Pilot eingeschlafen? Ist der Pilot eingeschlafen oder so? Der Pilot ist irgendwie komisch geflogen. Ich glaube, wir sollten den Hangar hier verlassen. Ich glaube, wir sollten den Hangar hier verlassen, glaube ich. Also oben irgendwo, also das hinten auch was war doch. Irgendwo hier, ich glaube, gegen den STC. Ach so, bist du das da vorne? Ja, das bist du. Ja, hier, der hinter dir läuft. Scheiße, ey. Ich sag gleich Felix, dass er dich festnehmen soll. Warum? Ich hab gar nichts gemacht. Doch, leider schon. Nein, ihr fährt jetzt hoch. Wir kommen gleich nach. Ja, ich entscheide auch für dich. Ich glaube, die 327. sind zu fett geworden. Sieht irgendwie ungesund aus. Sieht irgendwie ungesund aus. Wie geil. Genau. Schon wieder euer CT-Commander. Also wirklich, ey. Immer die SCs. Die CTs. Nur wegen dem CT-Commander gegen mich hoch. Ich werde dir noch gleich einen TS-Lufteln, ey. Was? Das sag ich dir noch gleich noch einen TS-Lufteln. Nur wegen EUTZ-Tests. Span von dem Server. Sie sind ein schönes Span von dem Server. Ach so, die schützt die mich auch noch mit. Was nimmt sie mit? Rakete. Wie, Rakete? Wo? Alle bereit machen, zu evakuieren. Ja, verstanden? Komm mal ganz. Freibach im Platz. Lande, waren frei. So, warst du in den L.T. Der gelandet ist, sofort rein. So, vor drei. Nie mehr lange zu mir. So, vor drei. Der nicht in den L.T. Der wird zurückgelandet. Jawohl. So. So, 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 so. So, so, so. Lass und noch mal abstürzen. Ob wir noch gerettet werden? Dann der Aufragsklimator. An alle Einheiten! Schießt auf dieses Schiff! So Leute, da sind wir wieder auf der Venator! Wir haben uns geschafft! Stimmt, wir haben gewonnen! Sicherlich auch Versammlung, dann gehen wir auch zum Versammlungsraum! Alle zum Versammlungsraum! Keiner wurde gefördert! Keiner wird gefördert! Das ist doch nicht alle! Ne, ich wollte Ihnen noch was anderes sagen! Ja! Hätte ich mir aber nicht getraut! So, ich bin jetzt in Versammlungsraum! Wow, wie viel auf dem Törer geht, ey! Hey, ich will auch Cross Arms! Fällt mir das selbst ein, ich will auch Cross Arms! Ich werde gleich verhandeln gehen! Ich werde gleich verhandeln gehen, dass ich auch Cross Arms fliege, glaube! Colonel Andre... Nein, Colonel Cap... Was? Was? Boah, nicht mehr... Ja, ha, halt, die Tag wie jetzt! Was? Boah, nicht mehr! Ja, ha, hey, die Tag wie jetzt! Ja, ha, ja, ha, ja, das ist ein Tag wie jetzt! Sagen wir nicht, was? Warte, komm, oder mal wiederkommt. Stramm gestanden und salutieren, Gedi andeck. Gedi andeck. Gedi andeck. Klappelin. Sag mal, aber, wir haben einiges verpasst. Ja, ich wollte sagen, dass die Wohle kommt, Entschuldigung. Ach ne. Also, äh, sind alle anwesend? Ja. Ja, komm. Befördert mich als Kovaler. Ich möchte nicht befördert werden, ich verlasse was ihr einhert deswegen. Hahaha. Gut. Zeus und Ayato, da ihr mir in diesem Einsatz und den anderen auch gut gedient habt, befördere ich euch hiermit einen Ranghöhe in den CT. Ah ja, Arthur, ich glaub, du wirst zum... Zu was wird denn der Staff Sergeant? Das steht hier noch nicht. Äh, nein. Staff Sergeant Major. Staff Sergeant Major ist, glaub ich, der letzte. Ja, und dann kommt auch noch Staff Sergeant Major. Will noch wer befördern? Ja. Ja, ihr wollt mich befördern, ey. Wohl vortreten. Warum muss das immer machen? Sie wird mehr davor, wenn sie zum Sarge uns geschlagen. Sie werden zum Sarge geschlagen. Sie werden zum Sarge geschlagen. Sie werden zum Sarge geschlagen. Nein, sie werden zum Sarge geschlagen. Sie werden zum Sarge geschlagen. Sie werden zum Sarge geschlagen. Schmerzen zum Sarge geschlagen. Ne, dann ... Na gut, falls kann ich auch noch nicht so lange, also lass ich ihn lieber so. Die sind zum Sarge geschlagen. so leute da habt ihr gehört abtreten leute ich denke mal das war's mit dem video leute euren gift games mit dem lieben lucifer also victor wie auch mal ja schaulio leute